Mann, oh Mann, da komme selbst ich nicht mehr mit. Zuerst sagt Söder und Spahn, es wird keine Impfpflicht geben. Es wird keine Impfpflicht geben, aber einig ist es ein Gebot, sich impfen zu lassen. Und nun sollen meine Tierärztin und die Pflegerinnen und Pfleger auch geimpft werden. Gleichberechtigung für alle. Wenn ich mich impfen lassen muss, sollen sich die auch impfen. Hm, aber was ist mit den anderen, mit den Nicht-Tierärzten? Äh, ist das denn richtig, dass man die anders behandelt? Man impft doch einfach alle. Wir Katzen wehren uns ja auch nicht gegen so eine Impfung. So ein Katzenschnupfen ist übel. Ich würde dem Tierarzt ja am liebsten meine Kreien in die Nase hauen, wenn er mit der Nadel kommt. Schade für euch, dass ihr keine Krallen habt. Schade für euch, dass ihr not.